WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hey, hopp, hey, ich bin nicht auf Beine. Ihr kennt mich überall. Oh, hallo. Guck mal, den ganzen Tag, ich bin seit 10 Stunden auf Beine. Und seit 10 Stunden habe ich die Sonne nicht gesehen. Halla Allah, die Sonne steht heute gar nicht mehr auf. Unglaublich. Viele haben jetzt Urlaub gemacht. Auch Deutsche, Izmir, Marmaris, Antalya, weil Sonne geht gar nicht schlafen da, weißt du. Aber hier, Sonne geht nur schlafen, auch im Sommer. Komisch, ja. Darum, die buchen immer so bei Reisebüro all. All inklusive, sagen die mal, all inklusive. Ich will alle inklusive haben, weil ich will schön essen, trinken, tanzen, weißt du, ich will aber alles dabei haben. Und schönes Wetter ist auch drin, super, und schönes Meer ist auch drin. Und dann gehen die hin und machen alle inklusive Urlaub. Aber es gibt noch andere. Extra-Kategorie, musst du richtig fragen. Das ist die Kategorie Ali inklusive. Und bei Ali inklusive ist auch wirklich Ali inklusive, weißt du. Dann kommt auch Ali, Ali aus Antalya zum Beispiel. Ist großer, so Karateman, sieht gut aus. So, Karateman, sieht gut aus. Kommt und der macht wirklich Full Service. Ja, Full Service. Zwei Wochen, ein Monat oder sechs Jahre, wenn du willst. Ist überhaupt kein Problem. Und, äh, Frau ist glücklich, weil sie kriegt Garantie Full Service. Wenn du verstehst, was ich meine, 24 Stunden ran, 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 ran. Und Ali ist auch glücklich. Und einige Mädchen, Frauen sagen so, man, Ali inklusive Urlaub war super, war beste. Ich muss jetzt Deutschland gehen, aber ich will ihn auch haben. Ist auch kein Problem, weil es gibt extra Sonderkategorie. Er kann machen Verliebung. Wenn man Verliebung macht, sie kommt nach Deutschland. Sie geht in Deutschland. Hallo. Und sie nimmt einfach Ali inklusive mit. Und das ist der beste Urlaub. Und wenn er ist Deutschland Ali inklusive, dann Jackpot, ja. Weil er kann schön auch hier tanzen, essen, Ferien machen, weißt. Weil er sagt, ich hab geschafft, ja. Super, ja. Ich bin Ali inklusive aus Antalya.